Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu Halo Master Chief Edition Episode 1. Mit normalen von der letzten folge haben wir ja erst kontakt mit der flat ja wohl angsteinfüßigste gegner hier in Halo Serie überhaupt weil die assimilieren einfach alles so lange es lebt wird es von ihr angefallen und da sind sie wieder und wie man sieht assimiliert warte wo wo warte haben mich da meine eigenen leute mit granaten beworfen finde ich ja nicht so nett da ist kein ausdruck da ist ein der die 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 Ui 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 Da ist C4C Guilty Spark Gehre, ihre Hilfe Bitte, hier entlang Teleport Chief, ihr Signal war weg, wo waren sie? Chief! Chief! War? Es müsste immer noch weg sein Die Bibliothek Oh je Das schlimmste Level und das gibt's in jedem Teil Zumindest eins, das so ist wie die Bibliothek. Der Index. Den müssen wir holen. Das war gerade ein Glitch. Der war nämlich schon entriegelt. Ja, warum habe ich meine Schotfinde nicht und euch hasse ich auch. Einfach durchrennen. Einfach durchrennen. Einfach durchrennen. Einfach durchrennen. Nicht viel stehen bleiben, nicht groß kämpfen. Die Frage ist, wo geht es jetzt weiter? Da muss ich jetzt wirklich gegen alle kämpfen. Ihr fangt mal. Hä? Muss ich nicht irgendwo erstmal was aktivieren? Äh, wo die Leer? Äh, wo die Leer? Wo muss ich eigentlich hin? Du musst doch das Ding irgendwie aktivieren. Da hinspringen kann ich glaube nicht einfach. Nee. Hm. Ich bin hier gespawnt. Ich bin hier gespawnt. Irgendwo eine Konsole finden, glaube ich, oder? Hm. Da ist zu. Gibt nur den Weg weiter. Da. So. Ging's doch auch nicht weiter. die sicherheitstüren haben sie automatisch versiegelt ich werde die steuerung umgehen um sie zu öffnen ja mach mal hin den jamoin Die Flucht werden nicht aus der Einrichtung entweichen, sie vernichten sonst alles. Sie sehen wie der Kaffee, der sich in die Struktur reagieren will. Die kleineren Wesen klagen ab oben, die in der Kaffee, der sich in die Struktur reagieren will. Zack, wenn du einmal bei denen im Sandwich bist. Sie sehen wie der Kaffee auf der Kaffee, der sich in die Struktur reagieren will. Bei denen die Struktur reagieren will. Das hier weiß ich nicht. Oh Hier, explodiert ihr Pisser. Uuuuuhh! nach aufzug also riesiger aufzug wenn es nur so kleine zugänge gibt ja du machst mir spaß aber jetzt helfen jetzt die wächter da kommen wieder neue keine muni mehr Uuuuuhh So Adrien, da stehen sie auch schon. Der hatte doch noch Schottmonie. Der Shotgun ist dein Freund bei der Flood. Die Wächter können die Flood mit ihren Waffen nur kurze Zeit aufhalten. Nur Tempel kann uns retten. Ah, da hat er wieder Muni dabei. Wow. Okay. Hör auf! Bin ich hier unwohl. Ja, ich warte. Und lass mich von der Horde Flatt nochmal überrennen. Ja, ja. Ab alle Zeit der Welt. Oh, hallo. Oh, Sir. Der ist gut gelaunt. Immer nachladen. Oh. 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 Der Clamer ist gestorben. Während du summst. Und dann noch diese ewig weiten Respawn-Punkte. Klar. Das ist gut. Oh. 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 Garnade in die Fresse. Und die ganze Sequenz neu. Bist sie hier. Garnade in die Fresse. Oh nee, gar nicht gut gebrauchen. Garnade in die Fresse. Garnade in die Fresse. Bleibt unten. Ich fahr mal. Ich möchte aber nicht in den Aufzug fahren. Da ist er wieder. Ich vermute, dass die andere Spezies, die sich zur Zeit in der Einrichtung aufhält, für die Reise zu der Flachen angekommen ist. Sie versucht, hartfleckig in Sperregebiete einzubringen. Ah, jetzt kommt er auch mal wieder, ihr blöden Wächter. Drei Jahre später und ich bin alleine. Ah, du bringst mir money. Das ist doch super. Ich habe eine schöne Kettenreaktion. Immer weiter. Super. Ich habe eine große Verkaufung. in oh Au! Das war unfair. Kettenwerferpisses sind unfair. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Nee. Das war vielleicht ein Fehler. Das war's. 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 002, Amen. Das war's. da brückt er mir einfach ins gesicht mitten ins gesicht und noch mal ein aufzug ein lachen macht mir angst werkzeugwaffen schlüssel und superwaffen okay so mitnehmen ich hab dich gesehen gehabt und wieder doch tunnel das hat mich Oh, nö. Wieder warten. Danke für die Muni. Geht auf. Immer reinwämsen. Ja, mach das Ding auf. What the fuck. Fuck. Da kam zu viel auf einmal raus. Die Flats sind schon dabei, ihr Schiff zu reparieren. Ihre parasitische Natur täuscht über ihre Intelligenz hinweg. Was ist eine starreste Natur zum Eindersalte? Was ist eine starreste Natur? Was ist wirklich ein Arscher? Was ist die Marge? Was ist eine starreste Natur? Was ist die Marge? Was ist die Marge? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Kurz zuvor Da kommen einfach zu viele raus Was? Was kickt mich denn da so schnell? Was? 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 Ah, ich hätte so noch ein bisschen einschaffen müssen. Ja, oh je. Die Energieschränke um den Index wird deaktiviert, sobald wir das Erdgeschoss erreichen. Sie haben jetzt zugekommen mit Index. Ich nehme den Index des Transports an mich. Organische Lebensfarben sind für Infektionen anfällig. Der Index hat nicht in die Hände der Flatt gelangen, bevor wir den Kontrollraum erreichen und die Einrichtung aktiv zurückziehen. Die Flatt breiten sich aus, also Tempo. Ja, schnell, schnell, schnell. Doppelter Verrat. Ist jeder Organismus, der genug Wasser und kognitiven Fähigkeiten hat, ein potenzieller Überträger? Stimmt etwas nicht? Nein. Nein. Gut, wollen wir? Ah, hier sollte Cortana sein. Leider hat sich meine Nützlichkeit nun erschöpft. Das Protokoll gestattet es Einheiten meiner Klasse nicht, eine so wichtige Aufgabe wie die Vereinigung des Index mit dem Kern auszuführen. Der letzte Schritt ist der Ihre, Reclaimer. Merkwürdig, das ist sehr unerwartet. Merkwürdig? Cortana. Ich war die letzten zwölf Stunden hier drin und habe zugesehen, wie Sie diesen Ding helfen, unser Grab zu schaufeln. Er ist ein Freund. Oh, das war mir nicht klar, ein Kumpel. Sehr schön. Ist Ihnen klar, wozu er Sie beinahe gebracht hätte? Ja, zum Aktivieren von Halo und Vernichten der Flut. Dazu haben wir den Index in den Kontrollraum gebracht. Im Ernst? Eine künstliche Intelligenz im Kern? Das ist völlig inakzeptabel. Klappe halten. Wie unverschämt. Ich werde Sie löschen. Vielleicht keine gute Idee. Wie können Sie es wagen? Wagen? Ich habe den Index und jetzt die Leine. Genug. Die Flut breitet sich aus. Wenn wir Halo aktivieren, löschen wir sie aus. Sie wissen nicht, was der Ring tut, stimmt's? Wozu er gebaut wurde? Halo tötet nicht die Flood, sondern ihre Nahrung. Menschen, Allianz, alles. Wir sind alle essbar. Die Flood stoppen nur, wenn sie keine Nahrung haben. Und genau dafür sorgt Halo. Die Auslöschung allen empfindungsfähigen Lebens. Fragen Sie ihn. Los! Was? Stimmt das? Ungefähr. Technisch gesehen hat der Impuls einen Wirkungsradius von 25.000 Lichtjahren. Da die anderen folgen, gibt es in der Galaxis kein Leben mehr. Zumindest kein Leben mit genügend Biomasse, um die Pflanze zu ernähren. Aber das war Ihnen ja klar. Oder etwa nicht? Da fehlte wohl ein Detail. Wir haben die Eindämmungsvorschriften genauestens befolgt. Sie haben mich bei jedem Schritt durch diese Krise begleitet. Chief, ich orte Bewegungen. Warum zögern Sie? Sie haben es doch schon getan. Wir müssen weg. Sofort. Letztes Mal fragten Sie mich, was würde ich an Ihrer Stelle tun, wenn ich die Wahl hätte? Meine Antwort lautet nach mir vor. Es gibt keine Wahl. Wir müssen den Ring aktivieren. Wir müssen weg. Wenn Sie nicht helfen, suche ich mir einen anderen. Ich benötige den Index. Geben Sie mir die künstliche Intelligenz, oder ich muss sie mir nehmen. Kommt nicht in Frage. So sei es. Kopf aufbewahren. Rest beiseite. Achtung! Und auch die Kackwaffe. Aber an der Stelle geht es in der nächsten Folge weiter. Und ich sage, danke fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr ein bisschen ein Liken und ein Subscribe habt, damit wir dann, wenn ihr es noch nicht schönes genommen habt, die Notation beaktivieren. Das YouTube-Basis mehr von uns sehen wollt. Solltet ihr euch nicht benachrichtigen, was von uns abgeht, gibt es noch den Twitter-Account von der Liste, den ihr in den Follower drücken könnt und auf alle Video-Anzeige anschauen solltet. In diesem Sinne bis zur nächsten Folge. Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen!